Selbstversorger ist aus meiner Sicht kein Luxus, sondern ein absolutes Must-Have. Heute erkläre ich dir, wie du mit ein paar wenigen Minuten am Tag deine Gesundheit stärken kannst und sogar Symptome wie bei der Migräne lindern kannst. Hallo, mein Name ist Dr. Matthias Weniger, ich bin der ärztliche Leiter des Instituts für Stressmedizin Rhein-Ruhr mit Sitz in Hattingen und wenn dir das Video gefällt, dann lass uns gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal und klick die Glocke. Und jetzt lass uns mit den ersten Fragen starten. Selfcare ist mehr als ein Trend. Selfcare ist eine grundsätzliche Haltung, sich gut um sich selbst zu kümmern. Zeit in seine eigene Gesundheit zu investieren, führt dazu, dass unsere mentale Widerstandsfähigkeit größer wird und wir besser mit unserem Stress umgehen können. Gerade in stressigen Zeiten neigen wir dazu, unser Selfcare zu vernachlässigen. Dadurch wächst aber weiter unser Stress. Wenn wir es schaffen, auch im Stress uns gut um uns selbst zu kümmern, unsere Akkus aufzufüllen, werden wir widerstandsfähiger und zufriedener und können besser mit den Belastungen des Alltags umgehen. Gerade im Stress suchen wir den kurzfristigen Energiekick. Der Blick aufs Handy, der Griff in die Snackbox oder mal eben kurz im Fernsehen durchsetten. Das untergräbt unsere langfristigen Selfcare-Bemühungen. Eigentlich wissen wir es besser. Aber im Stress kommen wir in eine Art Tunnelblick und häufig merken wir es gar nicht. Dabei ist es sehr wichtig, sich gut um sich selber zu kümmern und langfristig seine Gesundheit zu stärken. Selfcare wird fälschlicherweise häufig als Selbstverwöhnung oder als Selbstsucht beschrieben. Dabei ist es unglaublich wichtig, sich gut um sich selber zu kümmern. Denn nur dann können wir auch gut für andere da sein. Dabei glauben wir auch häufig, dass Selfcare-Mechanismen langfristiger Natur sind. Häufig reicht aber auch ein kurzer Spaziergang oder ein paar tiefe Atemzüge, um das eigene Energieakku wieder gut aufzufüllen. Selfcare muss nicht zeitaufwendig sein, sondern es geht eher um feste Gewohnheiten, die wir etablieren. Gesundes Essen, guter Schlaf, regelmäßige Bewegung. Achte aber darauf, dass die Maßnahmen zur Selfcare dir auch wirklich gefallen und dir Freude bereiten. Dann kann auch ein soziales Umfeld sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel die Dinge gemeinsam macht. Selfcare ist der Schlüssel, um deine Gesundheit proaktiv zu schützen. Treibst du zum Beispiel regelmäßig Sport. Stärkt sich dadurch dein Immunsystem und du kannst besser mit Entzündungen umgehen. Machst du regelmäßige Achtsamkeitsübungen, fördert das deine innere Resilienz, also deine Widerstandskraft. Und Erkrankungen wie zum Beispiel Burnout werden so vermieden. Die Möglichkeiten sind sehr weit. Manche Menschen schwören auf Wasseranwendungen und Saunagänge. Die anderen bevorzugen Yoga, Tai Chi, Qi Gong. Aber auch medizinische Anwendungen wie zum Beispiel Massagen oder Akupunktur können dir dabei helfen, deine regelmäßigen Routinen zu unterstützen und dein Akku aufzufüllen. Akupunktur kann eine gute, unterstützende Methode zur Behandlung von Migräne sein. Dabei werden feine Nadeln in bestimmte Körperbereiche gestochen und dadurch werden Nervenbahnen und auch das Schmerzempfinden angepasst. Bei vielen Menschen hilft die Akupunktur als Ergänzung zu den üblichen Behandlungsverfahren und trägt dazu bei, dass die Schmerzen weniger werden können. Die Wirksamkeit von Akupunktur variiert. Zahlreiche Patienten sprechen sehr gut auf die Behandlung von Akupunktur bei Migräne an, während andere darauf gar nicht großartig reagieren. In Studien konnte die Wirksamkeit aber effektiv auch nachgewiesen werden. Dabei hängt es auch von der Qualität des Behandlers ab. Das war es mit der Sprechstunde zum Thema Selfcare und Migräne. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gerne ein Like. Falls du noch weitere Fragen hast, stell sie gerne über die Social Media Kanäle der Knappschaft. Ansonsten aktiviere gerne die Glocke und abonniere unsere Kanäle.